Servus zusammen und recht herzlich willkommen zur neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Alpen-Map Neu-Mini-Brunnen und ich bin im Waldraum unterwegs und bringe, ihr seht es vielleicht im Rückspiegel, die Krone hoch auf den Berghof, denn ich will jetzt Ballen pressen, denn wir haben jetzt das Feld soweit gemäht. Ich habe auch einiges an Gras sowohl in den Keil-Silo gebracht als aber auch ins Fermenter-Silo, habt es also ein bisschen verteilt, damit wir Silage produzieren können, aber als nächstes brauchen wir dringend auf unserem Berghof natürlich auch Heu und Heu, da müssen wir wenden, da ist unser kleiner Traktor unterwegs und der wendet da gerade das Gras und ich habe ja mittlerweile den Schwader mit hochgebracht und jetzt bringen wir die Krone mit hoch, um Ballen eben zu machen und dann schauen wir uns das Ganze mal an, denn ich habe mir mal die PS-Zahlen angesehen von den verschiedenen Geräten und wir brauchen eigentlich auch für den Wickler hier für die Krone keine 100 PS, also das heißt, die können wir mit dem Steyr als auch hier natürlich mit dem Waltra, aber der hat ja auch was, 200 PS können wir arbeiten. Ansonsten habe ich auch wieder mal in den Gebrauch-Job abgeschaut, da ist was Interessantes, das zeige ich euch dann gleich, wenn wir eben mit dem Waltra oben sind am Berghof und dann legen wir los mit dem Pressen und ich tue mich wie gesagt ein kleines bisschen noch schwer in dem Projekt da oben mit dem Berghof und der großen Wiese, mit welchen Gerätschaften wir denn hier arbeiten. Was sich auf jeden Fall gezeigt hat, wir kommen hier wesentlich besser, jedenfalls mit Geräten und mit den Traktoren hier, wenn wir die Straße fahren, hoch. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert hier dann doch den kleinen Umweg zu fahren. So, das hier ist ein bisschen die größte Steigung, aber wir haben immer noch mehr als 20 kmh drauf und ihr erinnert euch hier auf dem Feldweg, wo wir da als hochgefahren sind, was ja auch ein kürzerer Weg ist. Ja, da brauchen wir oder da sind wir teilweise nur mit 4-5 kmh hochgekommen. So, das heißt wir sind jetzt oben und ich überlege gerade, ich denke wir werden mit dem Steier werden wir jetzt die Schwad fahren und dann anschließend eben hier mit dem Waltra dann die Ballen pressen und das Schöne ist ja, ich zeige euch das jetzt gerade mal. So, wobei wir gucken erstmal hier rein in den gebraucht, denn er hier, der wäre natürlich interessant, da bin ich jetzt einmal überlegen, ob wir mit dem hier arbeiten, aber ist der nicht vielleicht doch ein bisschen zu groß, hier am Berg mit diesem Ballenladewagen zu arbeiten, aber irgendwie müssen wir ja die Ballen dann auch letztendlich ins Ballenlager bringen. Ich würde einfach sagen, wir probieren es und wir können mit dem 180 cm Ballen aufnehmen und das macht auch die Krone und bei Heu, wo wir ja nicht wickeln müssen, wäre das natürlich von Vorteil. Also wir haben dann wirklich jede Menge Gerätschaften jetzt da oben und ich weiß noch gar nicht, wo ich das alles parken soll, aber das werden wir dann sehen. Ich würde sagen, ja, es ist halt wie gesagt sehr, sehr schwer, vielleicht brauchen wir doch eher so einen kleineren Wickler oder einen kleineren Ladewagen. Ich stelle es mal hinten an, aber wir werden uns dieses Problems definitiv stellen müssen, weil irgendwie müssen wir ja die Ballen da reinbringen und der hier ist mir auch zu groß. Also wir schauen mal, wie viele Ballen wir da jetzt rauskriegen, über welche Stückzahlen wir hier sprechen, weil mit dem hier kriegen wir 28 Ballen, mit dem 24. Vielleicht finden wir ja irgendwo auch einen kleineren Ballenwagen, so für 12 oder 14, mit denen wir dann die Ballen einladen können. Ich habe da sogar was am überlegenen Bergmann oder irgend so was war es doch, oder? Lasst mich mal kurz hier bei den Anhängern. Ich bin der Meinung, wir hatten ja auch, wir haben ja auf der Galgenberg haben wir doch auch so einen Mod. Der hier, oder? Der Strautmann, wenn ich richtig weiß, der müsste doch Ballenwagen. Ich glaube, das wäre das richtige Teil. Da müsste man ja mal schauen, wie viele Ballen wir da draufkriegen. Lass mich kurz überlegen, ist das wirklich Ballenwagen? Ne, das ist er nicht. Das ist er nicht. Den haben wir nicht auf der Galgenberg, weil der hat nämlich noch eine weitere Funktion gehabt zum Transportieren von Paletten. War das der hier? Selbstladende Paletten, Ballenwagen. Die Frage ist, ob das dann auch ein Autoload ist oder nicht. Denn da bin ich natürlich jetzt auch wieder ein bisschen skeptisch oder wie wir das dann am geschicktesten natürlich runterbringen auf den Hof. Naja, wir werden sehen, wir werden schauen. Jetzt müssen wir erstmal die Ballen pressen und dann sehen wir weiter. Aber was ich noch kurz zeigen wollte, ist an der Stelle nämlich mal eine kurze Übersicht hier über unseren Hof. Das Schöne ist ja, wir können Rundballen machen, weil wir haben natürlich hier überall Zäune, sollten uns die Ballen abhauen. Wir haben hier Zäune und wir haben natürlich hier drüben überall Zäune. Also das heißt, wir können es mal mit den Rundballen probieren und brauchen keinen Wickler, der uns die Ballen quer legt, damit sie natürlich nicht hier den Berg runterrollen. So, jetzt sehe ich hier, dass der Kollege hier wieder mal steht. Und das Wild ist auch wieder da. So, ja, da hat er ein bisschen Probleme, das habe ich schon gesehen. Wir werden ihm ein kleines bisschen helfen, wenn wir hier erstmal ein bisschen vorarbeiten, ein kleines Vorgewände. So. Weil schon beim Mähen hatte er auch das Problem, dass er dann hier stehen geblieben ist. Mann, 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 ist das nicht ein tolles Panorama hier? Ups. Okay, lassen wir mal ganz kurz. Oh, jup, dann machen wir da erstmal ein Thumbnail. Zack. Wunderbar. Und weiter geht's. Und dann machen wir erstmal ein Vorgewände. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er hier den Hang hochkommt. Na, das meistert er relativ gut hier mit seinen 75 PS. 15 kmh kommt er hier den Berg hoch. Also, der ist auf jeden Fall Schlott. Ah, das sehe ich gerade. Da müssen wir auch mal ein bisschen noch fahren. Naja, da liegt nämlich auch noch Material. Sehr schön. Dann wissen wir wenigstens, wo es noch was einzusammeln gibt. Okay. Jetzt schauen wir mal, ob der Kollege jetzt hier wieder sauber arbeiten kann. Ob der dann hier... Ja. Ja, da habe ich immer nur jede zweite Spur dann eingesammelt vorhin mit dem Ladewagen. Damit wir halt eben da ein kleines bisschen... ...weil ich in der Hoffnung, dass der Helfer das dann schafft. So, naja, ich denke, oder? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ha, sehr schön. So, nochmal ein Foto. Bitte lächeln. Dankeschön. Okay, also, das scheint, dass er das hinkriegt. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu unserem Steier. Und irgendwo habe ich doch noch das Gewicht, ne? Das Gewicht, das Gewicht, das Gewicht steht hier vor dem Schafstall. Übrigens, die Wolle habe ich auch in der Zwischenzeit verkauft, weil da war natürlich der beste Monat der April, der Mai. Ach, jetzt hat er dann doch wieder die Arbeit eingestellt, ne? So wie ich das sehe. Ja, das liegt eben daran, weil die Spuren nicht gemacht sind. Dann machen wir das so. Dann müsste er doch auf jeden Fall... So, jetzt. Okay, so. Gewicht haben wir dran. Gewicht haben wir dran, aber wir müssen eigentlich hier raus. Und dann schnappen wir uns den Schwader. Was ist denn das überhaupt für ein Teil? Das ist doch kein Glas oder was, oder? Was ist denn das eigentlich? Ach, ein Samasch. Okay. Ja, da ist mir dann auch ein kleiner Fauxpas passiert. Ich habe das Premium DLC rausgeworfen. Und da wisst ihr, da hatten wir doch den Fiat Agri. Und der ist jetzt natürlich weg. Da müssen wir nämlich... Weil wir müssen nämlich in Kürze müssen wir jetzt Unkraut bekämpfen. Und den Fiat, den hatten wir ja uns ja extra dafür gekauft. Nur als Unkrautbekämpfer, weil der war ja im Angebot. Und da werde ich jetzt natürlich wieder adäquaten Ersatz finden müssen. Und auch plötzlich war die Saatmaschine weg. Die war auch aus diesem DLC. Naja, okay, musste ich Ersatz kaufen, aber ist jetzt kein Problem. Ihr seht es ja bei uns auf dem Konto. Ist ja alles andere als gähnende Leere. So, das Gerät hier hat, glaube ich, eine Arbeitsbreite von 8,40 Meter. Das schafft natürlich was weg. Und macht natürlich auch eine ordentliche Schwad. So, jetzt muss ich mal schauen, wie wir das hier am geschicktesten machen. Da fahren wir, glaube ich, einfach so einmal im Kreis. Okay, dann haben wir nämlich die Schwad. Da können wir dann später einsammeln. Ja, das machen wir jetzt erstmal von Hand. Moment, soweit selbst. Ja, okay, okay, okay. Da fahren wir dann eine halbe Schwad. Dann können wir dann auf dem Rückweg den Rest mitnehmen. So, er wendet da unten fleißig. Das scheint jetzt zu funktionieren. Ja, die Frage ist wirklich, würde man tatsächlich hier auf solchen Wiesen hier am Berg tatsächlich mit so einem normalen, wie ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Traktor hier langfahren. Weil es gibt ja extra diese Spezialgeräte. Und wir haben hier schon eine ganz schöne, ja, eine ganz schöne Neigung. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also wirklich hier mit diesem kleinen Zeug hier zu fahren, das zieht sich dann. Ja, wir können das natürlich mit dem Helfer abarbeiten, gar keine Frage. Aber hier diese kleinen Schwad und so weiter, wir müssen dann wirklich dutzend Male hier übers Feld fahren. So, jetzt würde ich hier da vorne nochmal ein Vorgewende fahren wollen. Weil da müssen wir nämlich mit dem Wickler auch nicht bis runter fahren. Ja, ich merke schon oder ich sehe schon, das wird hier ja mit Sicherheit hier oben auf dem Berghof ein bisschen mehr Handarbeit, also selbst machen, als jetzt unten. Und da können wir natürlich sehr vieles mit dem Helfer abarbeiten. Aber hier müssen wir, glaube ich, schon das ziemlich oft eingreifen und helfen und unterstützen. Das wird jetzt hier mit den Helfern nicht ganz so easy sein. Und die Gerätschaften hier bei der Neigung, die haben natürlich auch ein bisschen Probleme. Das ist auch der Grund, warum ich den ursprünglichen Schwader, den ich hier eigentlich vorgesehen hatte, der hat nämlich hier generell, ist der immer aufgesessen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen schaue ich jetzt mal, wie das mit dem Gerät hier aussieht. Das scheint aber soweit zu funktionieren. Wir werden jetzt mal schauen, wie das läuft mit dem Helfer. Ob der jetzt hier soweit zurechtkommt. Weil dann springen wir nämlich rüber und fangen mal an, Ballen zu pressen und schauen uns das mal an, wie das funktioniert, ob uns die Ballen abhauen, ob sie liegen bleiben oder wie die sich jetzt hier am Berg verhalten. So, lasst mich aber die Ballen einstellen auf 180 Zentimeter. Machen wir hier gleich große, machen wir Nägel mit Köpfen. So, der Valtra hat 200 PS und kommt gerade hier mal so den Berg hoch. Also bevor ich wieder was Falsches sage, Augenblick, Augenblick. Aber ich bin der Meinung, unser Valtra... Ja, 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 den haben wir doch gepimpt auf 201 PS. Okay, jetzt schauen wir mal. Ballenpresse anschalten, natürlich. Ich überlege nur, soll man automatisches ablegen? Lassen wir mal. Das lassen wir jetzt erst mal. So, wir haben da noch Stroh drin, das wechselt sich jetzt natürlich zu Gras bzw. Heu. So, der Steier macht seinen Job und wir sind hier mit drei Maschinen jetzt hier auf dem Feld unterwegs. Und ich kann es immer nur wiederholen, es ist doch einfach ein geiles Panorama, oder? So, da machen wir natürlich auch noch schnell einen Thumbnail. Zack. So, wir müssen wieder ein bisschen aufpassen, dass wir natürlich nicht den Abwurf verpassen. So, tülle. Okay, gleich ist es soweit. Und das Maschinensche ist voll. Dann wollen wir mal hier ablegen und schauen mal, ob der Ballen wegrollt oder nicht. Rein theoretisch. Ah, ich habe ihn natürlich ein bisschen angestupst. Ah, solange er liegen bleibt, ist okay. Wir dürfen ihn halt nicht anstupsen. Wenn er erst mal ins Rollen kommt, dann rollt er uns davon. Okay, wunderbar. Und das funktioniert soweit. Und wenn das für euch auch so gut funktioniert, dann lasst mir doch gerne ein Abo da oder natürlich auch Feedback in Form eines Kommentars. Darüber würde ich mich sehr freuen und natürlich auch nicht vergessen, ein Däumchen, wenn wir hier weiterhin die wunderbare Alpen-Map neu in die Brunnen spielen. So, das klappt doch soweit. Der andere ist wieder mal fertig, so wie ich das sehe. Der Steier ist noch unterwegs. Der macht noch seinen Job, aber da müssen wir dann auch mal schauen. Sehr gut. Hier die Reste noch einsammeln. Okay, mal stopp. Dann schauen wir mal, was das Problem ist bei unserem... Wie heißt er denn? Dem Reform. Ja, da hat nämlich noch ein bisschen was zu tun eigentlich. So, Dule, jetzt lass mich aber nicht im Stich. Ich will ja nicht immer alle drei Meter hier dir helfen. Sehr gut. So, der Steier, was macht er? Ja, der wird jetzt hier die letzte Schwart haben. Dann denke ich, da müssen wir dem auch ein bisschen helfen. Dann warten wir aber jetzt auch erst mal, wie weit, ja, dass hier der Reform fertig wird. So. Den lassen wir jetzt erst mal hier ein bisschen an der Seite stehen. Klappen mal zusammen. Weil, wie gesagt, die letzten Meter werden wir mit Sicherheit hier von Hand zusammenstöpseln müssen oder zusammenschwadern müssen. So. Hm. Und der nächste Ball ist gleich fertig. Ja, da müssen wir erst ein bisschen vorfahren und dann schließen, damit wir ihn nicht anstupsen. Und soweit klappt das, glaube ich. Dann geht das mit der Krone. Das wäre halt insofern ganz gut, weil wir, wie gesagt, für die Krone wenig PS brauchen. So, wer rennt denn da unten schon wieder rum? Na ja, klar. Die Krone kommt nämlich hier mit 80 PS zurecht. Und das wäre natürlich dann auch eine gute, gute Aufgabe hier für den Steyr. Der kriegt das dann auch gewuppt. Also im Moment muss ich sagen, klappt das doch ganz gut mit den Ballen. Und eventuell würde ich dann doch den großen Ballenwagen nehmen. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Kleine halt ein Autoload hat. Ich würde einfach nochmal ein bisschen schauen in den Mods, ob ich da vielleicht was finde. Denn ein kleiner Ballenwagen, der auch ein bisschen wendiger ist, wäre halt nicht verkehrt. Jo, so, aber das soll es dann ja wieder mal gewesen sein. Wir legen hier den letzten Ballen ab. Und den letzten Ballen mit der Krone. Und auch da gibt es mal noch ein ganz kurzes Thumbnail. So. Zack. Und ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken. Ich mache das jetzt hier noch so ein bisschen fertig. Und hole euch dann wieder dazu, wenn wir die Ballen einsammeln. Und dann natürlich auch verladen. Ich sage recht herzlichen Dank von der neuen Mini-Brunnen von unserer Alpen-Map. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Tio, euer Baden Farmer.